Auch morgen am Donnerstag geht es auf Ihrem Bildschirm, liebe Zuschauer, wieder heiß her. Schon um 18.35 Uhr muss Inspektor Oerskin in einem ziemlich merkwürdigen Diamantenraub ermitteln. Mr. Grant, was um alles in der Welt soll das bedeuten? Das ist ein Raubüberfall, Mr. Toller. Bitte, tun Sie den Ring da rein. Also, das verstehe ich nun wirklich nicht. Der Ring ist Ihr Eigentum. Sie haben mir die Diamanten doch selbst gebracht, damit ich sie bearbeite. Wir rufen ständig falsche Erpresser bei uns an. Die Presseveröffentlichung macht uns Schwierigkeiten. Ja, er sagte, er sei Grant. Aber das haben verschiedene andere auch behauptet. Er sagte, er wäre wütend darüber, dass ich die Zeitungen informiert habe. Aber er würde mir nach wie vor die Steine zurückschicken, wenn ich bezahlen würde. Tom! Nehmen Sie die Hände hoch, aber schnell! Aus den Akten der amerikanischen Bundespolizei. FBI. Um 18.35 Uhr im ProSieben. Wehende Mäntel, galoppierende Pferde, fliegende Degen und eine schöne Frau. Das sind die Bestandteile unseres morgigen Abendfilms. Er erzählt das Schicksal eineiiger Zwillinge und ihrer Vendetta im Korsika des 19. Jahrhunderts. Retten Sie meine Söhne. Ich befehle es Ihnen. Ich habe Ihre Körper voneinander getrennt, aber... Was ist mit Ihren Seelen? Mario, das ist dein Bruder Lucien. Bruder, ich schwöre bei diesen Gräbern nicht eher zu ruhen, als ich Rache genommen habe für den Tod meiner Eltern. Als wir Rache genommen haben, Bruder. Sieht wie mein eigener Tod aus. Das wäre ja auch gewesen, wenn du nicht geahnt hättest, dass irgend so etwas passiert. Ich bringe euch einen Gast. Gräfin Isabel Gravini. Gravini? Isabel Gravini. Douglas Fairbanks in Blutrache. Um 19.30 Uhr in ProSieben. Von einem ganz anderen Schicksal erzählt unser Donnerstag-Nacht-Film. Aufgewachsen in den Slums reift der junge Nick Romano zu einem vielversprechenden Pianisten heran. Doch dann erfährt er die Wahrheit über seinen Vater. Der Junge weiß natürlich nichts über seinen Vater. Wollen Sie es darauf ankommen lassen, dass ihm eines Tages irgendein Strolch von der Straße erzählt? Dass sein Vater auf dem elektrischen Stuhl gestorben ist? Er muss doch eine kurze Zeit im Leben haben, wo er nicht alles weiß. Wenn du hingehst, bist du aufgeschmissen. Der kommt mit seiner Bande. Kein Mensch muss sich schlagen, Nick. Du weißt ja nicht, was er gesagt hat. Über deinen Vater. Ich verspreche es dir, Mom. Keine Schlägerei mehr. Hast du Schiss oder kommst du noch? Antworte doch, Nicky Boy. Von der Vergangenheit eingeholt. Die Saat bricht auf. Schwein 20.25 Uhr in ProSieben. Untertitelung. 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 Bis zum nächsten Mal.